Hello und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise von uns. Ich sage das ungefähr jedes Mal. Und heute kommt auch die Ankündigung zu diesem Kanal. Denn wir haben entschieden, dass wir den Account zu einem gemeinsamen Account machen. Surprise! Und ich glaube, die meisten überraschen es auch jetzt nicht so. Wir posten ja jetzt schon seit längerem auch regelmäßig auf Instagram und TikTok unter dem Namen Cheers to the Queers. Und deshalb haben wir entschieden, dass es irgendwie das Sinnvollste ist, weil wir ja auch eh jedes Video zusammendrehen. Dass wir jetzt das umbenennen und das jetzt unser gemeinsamer Kanal ist. Deshalb werden euch natürlich in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren Videos von uns beiden erwarten. Und wir werden euch mehr in unserem Alltag mitnehmen. Wir werden regelmäßig Shorts hochladen. Wir werden euch auf unsere Reisen mitnehmen. Und generell könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sehen wollt. Auch gerne irgendwie Q&A's haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Machen wir auch immer gerne. Deshalb, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, nehmen wir die gerne uns zu Herzen. Ihr könnt auf jeden Fall auf sehr viel regelmäßigeren Content hier auf diesem Kanal gespannt sein. Früher war ich richtig regelmäßig unterwegs. Aber das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verlaufen, auch durch so TikTok und Instagram. Deshalb ist es gut, wenn wir jetzt beide dann zusammen wieder dran denken und das auch dann wirklich wieder durchziehen. Da können wir auch mal wieder unsere Friends mit reinholen. Ja, die meisten Friends, die in Hamburg sind. Ja. Außer die Kölner Freunde haben auch Lust. Also für die, die es vielleicht noch nicht wussten, wir sind übrigens ein Paar. Jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Und wir sind jetzt auch gerade zusammengezogen. Deshalb passt das eh ganz gut, weil wir eh vier und zwei bis sieben aufeinander. Ja, aber das wollten wir euch auf jeden Fall einmal sagen. Und dann kommt jetzt hoffentlich wieder regelmäßig jeden Montag um 18 Uhr ein Video hier. Seid gespannt. Tschüss.